Laguna gehört? Alpharaptor Beim Steinabfarmungsgebiet Ich weiß, voll scheiße aber Glaubst du es reichen 50 Pfeile für ihn? Oh Mann, irgendwie wäre es jetzt ärgerlich, ihn einfach so umzubringen Ohne... Ja, ich glaube, ich lasse es... Aber wenn du wieder da bist, dann können wir ja, wenn du willst, ihn umbringen Aber ich weiß nicht, ganz genau... Ja, ja Da ist er Vorsichtig sein ... 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 freundlichen keks perfekt hier habe ich nur eine axt und sehr viele pinken und pikes du 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 metal kostet das 6 metall ja Da hin, da hin, Quatsch, hast du's mit dem Slack? Und wann kommt es dann wieder ins Spiel rein? Nächstes Jahr oder was? Beinahe ist auch noch eine Antwort. Interessiert kein Schwein. Zuviel. Wenn es 20 Euro ist, dann ja. Willkommen am Stream, der zugekommen sind. Zuviel. Hmm... Tja, tja, so ist das Leben manchmal. So, wie viel Holz braucht ihr nochmal? 200. So, wie viel Holz habe ich jetzt? 118, gut. So, wie viel Holz ist das? Also leider nein, das ist ein Privatserver.